Und hier mal zwölf Freispiele. Auf geht's! Jaaauu! Jaaaauu! Jaaaauuuu! Jaaaauuu! Oh, nun könnte er lange ein bisschen Geld drüber wachsen lassen. Oh, er macht alle voll. Heißt aber noch lange nicht, dass er kommt. Oh, da sind sie. Sehr schön. Sauber. Oh, lange nicht gehabt. Schön. Und noch mal. So muss das. Klasse, glatte 500. Super. Und wir gucken mal hier noch ein Wünschchen rein. 2 Euro. Mal gucken, ob er noch was macht hier. Ja. Das war schon mal weg. Und da ist er schon. Das war schon mal. Okay. mal lieber die sonne 60 ey, Mando Wo ist die Sonne? Wo ist der Käfer? Teufel hat er ja mit mir genug drin. So mach doch mal die Münzen voll hier. Komm, 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 komm. Nur nie. Kleeblatt ist voll. Ba-bong. Boah, gib's doch nicht. Da hat's ja die Sonne hier auch schon. Kann mich auch nicht erinnern. Baby hier. Ja die Zirn村. Bonk. Die Zirn, hau kilk. Weg, boah, spike, redu. Das war's. Oh, es sind ein paar Münzen noch. Jawoll! Ah, dann macht das kaputt. нگer Sieg 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 Ihre wo steckt die sonne da ist er oh, es ist mehr davon ich muss aber genug durch wenn die 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 Schöne Vorlage für die Karte. Und 92, eieieiei, jetzt machen wir noch mal langsamer hier. Na, ich rieche doch den schon, kann da wohl nicht wahr sein. Malos, immer, immer, jaz. Der hat keinen Bock mehr. So, reicht die 200, nehmen wir uns noch mit raus, dann soll es das gewesen sein. Heute keine 100 Action Games, aber wer weiß, vielleicht morgen. So, dann schauen wir noch mal hier rein. So, dann kommen wir noch mal hier. So, dann kommen wir noch mal hier. So, dann schauen wir noch mal hier rein. 2 Euro. Mal los, komm, spuck was aus. Das hat man aber schon mal besser in Erinnerung hier. Und wir schauen mal hier rein. Nein, 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 nein. Das ist... ... ... ... ... ... Oh, es ist dabei immer noch mal nett. Oh, Nummer 15, lefter way. Und mal eine Runde, Doppelbuch. Da haben wir, und... Was war gut? Ach nö, ach nö, macht doch nicht so gut. Zwiegleiche wohl noch. Die Sogung wird drin. Die Atenung wird mit den Ebenen eines Gericht. Die Klopfer der Korte die Ebenen eines Gericht im Nennen. Die Angeber der Korte wird Arc, der Verkaufshafte der Korte im Nennen. Fertig lange, die Korte an den Abstand mit der Korte ist. na los letzte für eine verlängerung kein vollbild aber verlängern noch mit drin noch eine erste folge sehr schön gerne mehr davon jawohl Die grünen hatten wir noch nicht voll. Ah, nein, auch noch nicht. Drei, drei. Da kriegen wir nochmal fünf hin. Noch eine Verlängerung. Ei, 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 ei. Da, die nächste. Ja, die nächste. Die grünen. 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 Jetzt haben wir wieder Zeit für Fünferbild. Die grünen. Noma, ja, wohl. So, 10 bleiben noch, oder der haut noch mal eine drauf. So, 10 bleiben noch, oder, 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 Da waren es 75, vielleicht schauen wir die 100 noch. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Da waren es sehr, sehr geehrte. Junge, Junge, Junge! Da haben wir auch die voll, sehr schön. Noch ein Puffi oben da. So, da sind wir dann bei 75 angekommen. Letzte Fallspiel. Jetzt macht er nicht. 478,50 Cent. Na, damit kann man leben. Sehr schön. Und hier mal eine Runde. Wishing Well, 2 Euro Einsatz. Oh weia, der Chef höchstpersönlich. Einer reicht nicht. Zwei sind auch nicht dolle. Kommt, vier werden schon mal cool. Einer. Nummer 10. Schade. Und wir gucken mal hier eine Runde rein. Ob er noch voll wird bekommen oder sowas ähnliches. Vier Euro, los gehts. Die 7,40. Die waren weg. Upsch. Von mir aus kann es so weitergehen. Von mir aus kann ich sia und ich werde schon einen Berge. Von mir aus kann es wir mal eine Runde. Von mir aus kann das erste. Überư? Von mir ist es sehr gut. Von mir aus. Von mir aus! Von mir aus. Von mir aus. Schade, schade. Da geht es mal rüber. Und fällt da zurück auf 100. Es ist ein Pohrgüter, aber es ist ein Pohrgüter. Vielleicht sollten wir hier auch mal eine Schippe draufpacken. 50. 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 Nur müssen wir da mal kommen, Alter. Reine. Wahnsinn. Päuschen muss das schon wieder machen hier. Darum auch noch mal? Die Pfüche. Das war doch noch. Die Pfüche und die Pfüche schauen. Guck mal, tröne. Ja, ich hab dich gehe. Oh, es kommt schon, jetzt aber los! Wieder nicht! Junge, das ist ja nicht möglich. Zwei Minuten haben wir noch. Hm, wir nehmen 180. Letzte Minute. Zitrönchen. Jetzt soll er eben können, um jetzt klar, oder? Na, dann lassen wir erst mal eine runde Pause machen hier. Und mein Röntgen, die Sona! Jetzt müssen wir noch ein paar Minuten. Jetzt müssen wir noch ein paar Minuten. Hier ist es noch ein paar Minuten. 2 Nun zimmern wir noch was vernünftiges hier drin. Das war's für heute. So, jetzt wird es schon ein bisschen größer, muss es nur noch kommen. Ah, wo sind sie denn alle hin hier auf eben mal? Eieiei, 104. Und hier gibt es mal Vollspiele, Magic's Mirror Deluxe 2, 2 Uhr Einsatz, ein Horn, naja. Ja. Und da were you, Leute, da Audit Christianskreisbear, Franzischer to phi, Tuttingen凄no. Ich hab sie gemacht und da eine Behörde gezogen, wir haben rebeten in dass, diese Spielbette zu für Teufel Wissenwirre Cup either wäre wie Silvopenimizin. Vielleicht geht es nur dazu natürlich. Okay, ich glaube, es ist also sicherlich ein Hammer-Services, das ist schon schwierig. wie wird man mit einer verlängerung Nummer 10, Blatt 2 und Nummer 15 Und wir schauen mal hier nach unten rein Attacke Entschuldigung 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 Ey, das war 4 Euro Einsatz, du Döspaddel Tja, kommt da mit 36 um ne Ecke, ich fasse dich